Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. In der letzten Folge sind wir in den Soldatenfriedhof angekommen. Und jetzt müssen die Jür wieder raus. Aber hier gibt es doch einen Boss am Ende. Aber erstmal müssen wir uns durch die wütende Monsterschlacht hier durchkämpfen. Ja komm ich krieg mal schnell Blatt. Versuch mal einfach schnell abzuholen. Los mit Fullspeed um die Kurve rum. Und tschüss. Wiedersehen. Puh. So natürlich nur noch in die andere Richtung. Das ist ähnlich wie drüben. Mhm. 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 Jaunsch Was sollst du noch? So, jetzt noch eine Kiste und eine Soldatensäle. So und jetzt ist wieder das gleiche wie auf der anderen Seite. Wusste ich doch. Okay, wo kann man da am besten dann hin? Ja. Da oben. Ah, da müssen wir uns draus kämpfen. Wui! 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 Ich hab die noch mit. Genau und nimm doch mal die Ahren mit. Mist. Boah, Alter, der hat das voll geschickt gemacht. Dass der eine trifft. Now what to do. Boom! Los! Ja, komm einfach durchrennen. Ich geh auf die Punkte. Komm, das schaffen wir! Los! Renn! Wow, das ist voll knapp. So, jetzt kümmern wir uns an den Kung Fu Meister da vorne. Mach doch, ne? Ähm. Ich muss schneiden. Äh. So. Volles Mut, ne? Gut. Ja, komm her. Hm. Und der ist sage und schreibe ganz schön stark. Okay. Ja, und er erinnert. Aus dem Kung Fu Meister von Neuporn. Ne? Nun. Ja. Ohhhh! Alter, da macht 82 Schaden! Wir müssen den platt kriegen! Schleunigst! Neue! Es ist gut jetzt! Oh, Alter! Alter, Alter! Soooo! Du kriegst erstmal ein Kraut! Das Glück macht Justin so viel Schaden! Und Rap auch! Okay, Fena kann dann erstmal... Ja, nicht Fena... Ähm... Milder... Milder kann... Milder kann das mit Milderschlag machen! Okay, Justin, hörst du nicht um! Los, Milderschlag! Oh nein! Neue TP noch! Jaaa... Finish! Jawohl! Boom! Wohohohoho! Cool! Der hat gesessen! Wuii! Wuii! Hm... Wuii! Tsss- Tsss- los einfach irgendwas machen schnell Alter TAH Ach, ist die Schossen. Ne, warte, nochmal. Ich habe was Zauber bei den Nützen, ich glaube es nicht. Ey! Oh, es war schon. Fina, brechst es irgendwie ab. Abo. Okay, wir wehren uns, wir wehren, ne, wir wehren uns erst mal. Kennt man von dem anderen Chang-Kuh, Chang-Kuh-Mann. Kuh-Kuh-Mann. Ob es 24. Kann ich ja mal Zauber probieren, aber ob es springt. Kommt hier, 93. Ich will verbrennen. Oh, ey. Ich hab dich noch erwischt. Oh, oh. Zu milder. Los, egal. Auf ihn. Oh, wir haben es jetzt schon mal. Alle zusammen, los. Los. Ja, das war klar. Jetzt versucht sie anzugreifen. Oh, 50. Okay, falls ich es nicht ganz schaffe. Äh. There we go. Huh. Autsch. Los, jetzt gib mir den Rest. Bleib stehen. Er hat sich geheilt. Ey, der Kerl hält sich. Alter, der Kerl hält sich. Wie unfair. Los. Geh doch. Alter. Oh, ein Wohlstein. Und 9800 Punkte. Juhu. Boah. So, was jetzt? So, was jetzt? So, was noch schön ist? Vorzeitmedaille. Wie heilt SP während des Angriffs? So, was jetzt noch schön ist? Allzweckfrucht. Drei Stärke, Lebenskraft. Justin. Noch mehr. Achso, das ist die anderen. Was laden sie denn noch? Ja, stopp. Bevor die Typen kommen. Und dann? Das ist die dritte. Ich bin noch. ... Oder? Oder? Ich bin noch. ... Auc.. Juhuhuhu... naja klar, dass 0 abzieht Schnell! Einfach angreifen! So stark sind die nicht! Angreifen! Los! Einfach garofiz! W Brown und meine妙ung! Gewürf! Jedehs nicht! Scheiße das! Guck, du bist der Gourde! Gibst du bist! Ja! Fatschein! Es so viel! Tja! Tja! Okay, dann nennen wir halt Diamantstaub. Naja, komm man, muss jetzt. Genau. Hmm, boom. Schnell weg! Auf, mit Gebrüllen, los! Raus, Sio, tschüss! Okay. Die kommen schon bei anders. Oh, ich muss so glatt machen. Ha, 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 pretty easy! Wenn wir alle vier Soldatenseelen haben, dann öffnet sich der Weg zu dieser Schatzkiste. So, da wir... Mö, machen die Monster schon... Okay, okay, kommt her, kommt her. Ich schwör euch erst loswerden. Oh, power of ice! Okay, das ist so glatt. Oh, das ist so glatt. Sohn? Okay, hier ist die letzte drinnen. Und jetzt geht er weg auf. Klick. Tada. Juhu. Zum Glück habe ich euch gesehen. Okay, da müssen wir auf Schastchen warten. Ja, kann doch einmal. Nee, ich schaffe mir die auch so. Eigentlich. Schnell! So einfach zurück. Wow. Alter, wo kommen die alle her? Die ganzen Monster, ey. Meine Güte. Das ist doch nicht wahr, Junge. Oh nein. Oh, das featuret. Oh, juhu. Hm, da kommen die doch hin! Ich hab mein Spiel jetzt richtig gegangen Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gegangen Wenn nicht, ist es kacke Oh, zum Glück So, okay, gab es nichts mehr, ne? Ne, dann kommen wir runter Oh, ne, die Schatzkiste, juhu! Was ist schönes drin? Energie-Amulett Halbiert den SP-Verbrauch Ja, geil! Das ist richtig gut So, was haben wir jetzt alles schönes bekommen? Also, Wohlstein Vorzeit-Medaille Energie-Amulett Okay Die Dinger Sonst nix weiter Ne Ähm Gut, da ist der Chastin Bisschen langsamer Aber halbiert den SP-Verbrauch Das ist richtig gut Ähm Was kriegt Fena Ein Milkscheid für kritischen Angriff Ähm Okay Wilder kriegt erstmal das hier Was kriegt Rap? Ähm Rap kriegt Wohlstein Wohlstein Ah, Fena hat ein bisschen mehr Verdienst Schön, jetzt kommen wir wieder runter Stimm und WOUA Uč Wah V- Okay, bevor, womm, bevor wir weitermachen erstmal einen Cut Das wird die Folge zu lang fighters Okay Leute